Eine sichere Notiz-App, die mir viele Funktionen bietet, Ende zu Ende verschlüsselt ist und dann auch noch kostenlos ist, das ist aus meiner Sicht die perfekte Notiz-App und ich habe sie fast mit Joplin gefunden. In diesem Video schauen wir uns Joplin an und ich zeige euch die Desktop-App und erkläre euch alle Vor- und Nachteile. Viel Spaß! Hi, ich bin Alex von Privacy Tutor, einem Channel, auf dem wir dir simple Tipps für deinen digitalen Alltag geben. Und ohne lang um den heißen Brei herumzureden, springen wir direkt mal an meinen Rechner und schauen uns die Website von Joplin genauer an. Aktuell ist die Website leider nur auf Englisch verfügbar, aber sieht dafür umso schöner aus. Und den ersten Punkt, den ich hier ansprechen will, sind die Multimedia-Notes, denn mit Joplin ist es möglich, dass man verschiedene Dateien in Joplin speichert. Also nicht nur Text, nicht nur Markdown, was genau das ist, schauen wir uns gleich an, sondern auch Video-, Bilder- und PDF-Dateien und sogar Audiodateien und mathematische Ausdrücke sind hier möglich. Außerdem gibt es die Möglichkeit, zusammen zu arbeiten an Notizen, das ist aber nur mit dem neu vorgestellten Joplin Cloud möglich. Ich habe mir das bisher noch nicht angeschaut, das kostet dann auch Geld, aber mit der kostenlosen Version, die man einfach lokal bei sich installiert, die wir uns jetzt anschauen, ist das leider nicht ganz so einfach möglich, die Notizen zu teilen. Wenn du nach einer simplen Notiz-App suchst, bei der du ganz einfach die Notizen teilen kannst, dann empfehle ich dir übrigens Simple Note. Die haben wir auch in einem Video vorgestellt und das findest du hier oben. Okay, machen wir weiter auf der Webseite, denn es gibt außerdem die Möglichkeit, mit einem Web-Clipper Webseiten oder Ausschnitte von Webseiten zu speichern. Auch das schauen wir uns an. Und es gibt die Möglichkeit, dass man Joplin erweitern kann über verschiedene Extensions, Plugins, APIs. Und daran sieht man schon, Joplin ist aus meiner Sicht die perfekte Notiz-App für alle Nerds, die möglichst viel Freiheit und möglichst viel Funktionsumfang haben wollen. Außerdem bietet Joplin die Möglichkeit, seine Daten Ende zu Ende zu verschlüsseln. Das heißt, selbst wenn man seine Notizen synchronisiert, zum Beispiel auf sein Smartphone, können sie nicht gelesen werden, auch wenn sie bei einem Anbieter wie Google Drive liegen, denn sie sind Ende zu Ende verschlüsselt und nur du hast die Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Das ist ein großer Unterschied zu den beliebten Notiz-Apps wie zum Beispiel Evernote oder Google Notizen. Hier kann theoretisch jeder Mitarbeiter von Google deine Notizen aufrufen, was ich persönlich nicht so super finde. Okay, springen wir direkt mal in Joplin rein. Hier arbeiten wir uns mal von links nach rechts, damit ich dir so ein bisschen die Oberfläche erklären kann. Ganz links haben wir verschiedene Notizbücher. Hier könnte man auch verschiedene Ordner anlegen, aber es gibt auch die Möglichkeit, mit Tags zu arbeiten. Der große Unterschied ist, eine Notiz kann nur in einem einzigen Ordner sein, aber eine Notiz kann mehrere Tags haben. Hier in der zweiten Spalte sehen wir dann die verschiedenen Notizen, die in dem jeweiligen Ordner drin sind und hier rechts sehen wir dann die fertig gerenderte Version der Notiz. Für wen das etwas zu technisch, zu kompliziert ist, der kann hier einfach umswitchen und hat so die Möglichkeit, die Notizen ganz einfach zu bearbeiten, ohne das ganze Markdown im Hintergrund zu sehen. Okay, aber was ist Markdown überhaupt? Denn das wird mittlerweile von immer mehr Webseiten und Apps unterstützt. Markdown bietet dir die Möglichkeit, ganz einfach Text zu formatieren. Also zum Beispiel steht das Hashtag, die Raute hier steht für eine H1-Überschrift. Wenn es zwei Rauten sind, dann ist es eine H2-Überschrift, also eine Überschrift, die sozusagen eine Hierarchie weiter unten ist. Und eine Aufzählung ist auch möglich, zum Beispiel mit solchen Minuszeichen und es gibt noch viele andere Möglichkeiten, wie man Markdown benutzen kann. Zum Beispiel hier, indem man Links einbindet oder indem man verschiedene Formatierungen verwendet, wie zum Beispiel hier unten. Ich persönlich bin aber kein so großer Fan von dieser zweispaltigen Ansicht und deswegen switche ich jetzt hier wieder in den Ansichtsmodus, in dem man die Notizen auch bearbeiten kann. Und was ich zum Beispiel gerne mache, ist, dass ich Checklisten mache. Zum Beispiel, wenn ich eine Einkaufsliste für mich selbst schreibe und auch das ist ganz einfach möglich, zum Beispiel, indem ich hier ein Minus mache, dann mit eckigen Klammern und dann hier Checkliste schreibe. Ich glaube, du hast eine ganz gute Idee bekommen, wie sich Joplin eigentlich bedienen lässt. Ich würde dir empfehlen, einfach mal ein bisschen damit rumzuspielen, denn es gibt extrem viele Möglichkeiten. Aber dafür, dass es so viele Funktionen gibt, ist Joplin immer noch relativ übersichtlich gehalten. Als nächstes schauen wir uns aber mal die verschiedenen Einstellungen des Programms an. Zu den Einstellungen komme ich, indem ich hier auf Tools klicke und dann auf die Optionen gehe. Hier haben wir jetzt erstmal ein paar normale Einstellungen, wie zum Beispiel die Sprache. Was ich aber super spannend finde, ist die Synchronisation. Standardmäßig werden meine Notizen jetzt erstmal nur lokal gespeichert, aber ich habe die Möglichkeit, hier auch Dropbox, Nextcloud oder einen WebDAV-Client zu benutzen. Ich persönlich habe meine eigene Nextcloud-Instanz und synchronisiere meine Notizen dann ganz einfach darüber. Jetzt will ich aber nicht, dass jeder meine Notizen lesen kann und deswegen will ich meine Notizen verschlüsseln, was auch mit Joplin möglich ist. Joplin unterstützt also Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Um die Verschlüsselung zu aktivieren, muss ich nur hier auf Enable Encryption klicken und anschließend mein Passwort eingeben. Eine weitere coole Funktion ist der Web Clipper. Der Web Clipper ist eine Erweiterung, eine Browser-Erweiterung, mit dem du mit einem Klick ganz einfach eine Website von deinem Browser an Joplin, an die Notiz-App schicken kannst. Das ist super, wenn du gerne recherchierst und dann von deinen Recherchen zum Beispiel einen bestimmten Screenshot speichern willst und ohne den aufwendig mit Copy und Paste zwischen verschiedenen Programmen hin- und herschicken willst. Ich habe mir die Erweiterung mal installiert und hier oben siehst du jetzt das kleine Joplin-Icon. Wenn ich hier draufklicke, dann kann ich zum Beispiel einen Screenshot der Webseite hier speichern. Dann klicke ich hier auf Clip Screenshot und sage, ja, diesen Ausschnitt hier finde ich super spannend. Und jetzt muss ich nichts weiter machen, denn im Hintergrund wurde dieser Screenshot an Joplin geschickt. Wir gehen jetzt zurück zu den Notizen und hier oben siehst du, dass eine Notiz angelegt wurde, die heißt Joplin in dem Fall, weil die Webseite auch Joplin hieß und wo hier der Screenshot gespeichert wurde. Und jetzt könnte ich hier drunter weiter, wie wild, etwas eintippen, wenn ich hier meine Joplin-Notizen erstellen will. Ja, das war ein kleiner Einblick in die Joplin-Notiz-App. Mir persönlich gefällt die Desktop-Version super gut. Aber warum betone ich Desktop-Version? Weil ich Joplin auch auf meinem Handy installiert habe bzw. hatte und da es nicht ganz so super geklappt hat. Die App an sich funktioniert zwar, aber ich hatte einige Probleme. Zum Beispiel bei größeren, längeren Notizen ist die App einfach mal gecrashed und es macht nicht wirklich Spaß, sie zu bearbeiten. Oder wenn meine Notizen verschlüsselt sind, dann wurde manchmal der Verschlüsselungs-Key nicht richtig synchronisiert und dann wurden die Notizen nicht entschlüsselt. Und dann hatte ich noch ein weiteres Problem, bei dem abgedehnte Notizen nicht von meinem Handy an meinen Rechner oder an die Nextcloud geschickt wurden. Und ich weiß bis heute nicht, woran das liegt. Joplin ist aus meiner Sicht ein super Beispiel für Open-Source-Projekte, denn man bekommt hier zwar viel Freiheit und Kontrolle, muss aber dafür etwas Benutzerfreundlichkeit eintauschen. Joplin ist aus meiner Sicht ein super Beispiel für Open-Source-Programme, denn man bekommt hier zwar viel Freiheit und viel Kontrolle über das Programm und auch viele Funktionen, aber der große Nachteil ist die Zuverlässigkeit bzw. dass alles nicht so wirklich vereinheitlicht ist. Denn bei Notiz-Apps wie Evernote oder wie Google Notizen, da weiß ich einfach, es funktioniert, es wird im Hintergrund synchronisiert und es werden keine Notizen verloren gegangen. Aber bei Joplin habe ich manchmal das Gefühl oder die Angst, dass doch irgendetwas von meinen Notizen verloren geht. Also nochmal die Vor- und Nachteile zusammenzufassen. Joplin ist kostenlos, Joplin bietet viel Freiheit, viele Funktionen, Joplin ist Ende-zu-Ende verschlüsselt und Open-Source. Das finde ich alles super, aber die Nachteile ist, dass es nicht möglich ist, Notizen zu teilen und dass es technisch etwas aufwendiger ist und nicht ganz so zuverlässig ist wie andere Apps. Ich habe für mich eine Notiz-App gefunden, die das Beste aus beiden Welten vereinigt, denn sie ist sowohl Open-Source und bietet viele Funktionen, aber sie ist außerdem zuverlässig und sehr, sehr simpel zu bedienen, auch auf dem Handy. Und das ist Standard Notes. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, das kannst du dir gerne hier oben anschauen. Jetzt würde mich deine Meinung interessieren, hast du Joplin schon ausprobiert und wenn ja, wie findest du die Notiz-App? Hinterlass mir gern einen Kommentar unter diesem Video. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, über ein Abo und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.